Ja, ja, ja. Ja, stille Nacht, heiliges Schlaf, alles schnauft, ewig glaubt, nur der Knust, sein Heilige. Ja, ich mein, mein Name ist Hase, ich bin Hase, ich schau da auch mein Hase, oder so, so, seitlich, ewig Kunstfreunde, ja. Ach, ja, man sollte schauen, schauen muss ich euch, es gibt, es gibt ein paar Postkarten zu erwerben, im Liebenweinturm, oder bei mir zu erwerben, im Liebenweinturm von Burghausen. Das ist ein Bild, ein Bild von Irene Ober gemalt, ja, oder eine, das heißt, Schneekönig, Schneekönigin. Ja, ja, ein Märchenbild, das ist ein Bild von mir, eine Lovecraft, also ein Masterprint, ist, hat jemand gekauft mittlerweile, das Original. Dann, was haben wir denn noch, ja, zu, äh, das Bild gibt es im Original, das ist die Verführung im Paradies, kann man als Original kaufen, oder auch als Druck, äh, die, die Auferstehung. Die ist auch verkauft, das Original, aber da, oh, ja, diese Postkarte, äh, und zwar mein Knockzorn ist Katzi, das ist ein Gemälde, welches, das Original, das Original besitzt die Firma Wacker München, gell, ja, ja, das kennt's, das machen wir's eh. Kann man selbst Druck auch kaufen, das kostet was kosten, das jetzt weiß ich mir, ähm, kostet, ja, 80 Euro, 80, kann man sich schon ein Plakat kaufen, äh, ja, dann, äh, oh, das, und den, die Verführung im Paradies, äh, ja, das gibt's auch zu dem Preis. Das Original kostet auch ein bisschen mehr, das kostet, äh, ein wenig mehr, äh, ja, das ist Verhandlungssache. Okay, so ist es ein bisschen gut. Ah, haha, so, das macht man nicht auf seinem Hüiden tog, also auf dem Hüiden togst, äh, ja, jetzt. Ah, ja, hm, hm. Okay. Oh, alles ist … Okay. Ja, wo ist es denn, wo ist es denn, mein Eier, mein Futter, ich hab was haben, mein, ach, das ist da hinten. Ich muss mich nämlich. Es war so fließend. Also, Also.